Die hatte sehr starke Schmerzen im Nackenbereich, Kreuzschmerzen, Schulterbereich und habe mehrere Sachen ausprobiert. Leider das Ergebnis am Anfang ein Tag und dann war es wieder schlimm, genauso wie vorher. Und durch eine Arbeitskollegin habe ich das erfahren. Ich habe gesagt, das ist das Letzte, was ich noch probiere und habe probiert. Und Gott sei Dank.